Da brauche ich nen Taschentuch, ey. Aha. Für den Film oder für... Sowohl als auch. Mit einem Taschentuch wird der da nicht auskommen, Patrick. Ich brauche ne Decke. Ich brauche ne ganze Decke. Ja ich das meinst, das wird... Kommt noch. Ja. Ach das wo wir beide gespielt haben? Okay. Dafür muss ich noch klassen. Ist das dein Ernst? Oh graus, Alter. Das ist so, danke. Auch du bist so ein Regensretter für alle. Oh nein. Nein! Ich hab zu spät... Ah, ich hab seinen Kopf gesehen. Ich wusste ja, das ist verpeekt, aber ich hab zu spät geschossen. Pass auf nicht, dass er gleich da rauskommt. Oh fuck. Nein, genau. Ich hab seinen Kopf gesehen. Wahrscheinlich. Alter, ich bin ein alter Mann. Ich bin über 30. Welches Level bist du mittlerweile in Rainbow? Level 10, ich würde keinen Level 10er. Die Menschen müssen mir über die Straße helfen. Ja älterer Menschen, ich! Ich muss dir bei der Straße helfen! Ich dachte, Bunkel wäre älter. Der Jünger. Der Jünger wie ich? Ich hab mich selbst verwirrt. Warte kurz. So Patrick, ist das Loch groß genug? Oh ja. Das gefällt mir. Ich dachte ja, das wäre schon zu groß. Jedon, wir sind die Letzten, die noch leben. Okay, ich schau jetzt Bunkel zu, weil ich eh was rufen würde. Okay, du bist der Letzte, der noch lebt. Nein. Nein. Edon? Edon, hast du den Raum denn abgesichert? Nein. Warum schickst du deinen Bunkel vor, du hast den Schädel? Ich hör was. Das ist Edon. Nee, nee, nee. Das könnte der Monti sein, der hinter dir ist, einfach vor dir. Das ist was. Ich kenne mich nicht mehr. Offensive Montagne. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war der asiatische Schweizer. Entschuldigung. Wo macht man das, du Ficker? Nice. Darf ich mich wieder mit Schrockflinze, oder? Ich spiel Vakery immer mit Schrockflinze. Wie oft noch? Flo. Schrockflinze rein. Nein. Willst du Flo zieht ja schon mit? Und du spielst du nach Teamfesthulle? Ich zieh nur mit, weil ich sonst nicht mehr mitspielen darf. Bunker. Bunker Ehrenmann, Oli. Pass auf. Und sei schneller als dich. Bunker Ehrenmann, Oli. Pass auf und sei schneller als dich. Run, Oli. Run. Er hat schon auf mich gefielt. Er hat schon auf mich gefielt. Da war einer Flo, der ist jetzt nicht mehr da. Oli, meine ich. Da ist noch der Oli. Ja, danke. Komm mal los. Puh, ich hab überall hingeschossen, weil ich da, wo ich hin wollte. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Ey, wisst ihr, dieser Nachbarsohn, ne? Der könnte mich auf, der regt mich auf, unser Nachbarsohn. Wieso? Guck mal ins Gegnerteam. Guck doch mal ins Gegnerteam. Wie ich schlagen kann. Nein, nicht schon wer der Nachbarsohn. Okay, ich schreibe mir den Nachbarsohn. Jeden war der Nachbarsohn. Chris, nervt die nochmal was. Und dann... Weiß Eidon. Ew, Ewel, Ewel, Ewel. Ewel und den Double-Kill. Eidon ist besser als Noah. Let's go. Eidon. Wir lieben dich. Wir hassen dich. Oh Gott, ich hab gedacht, die wär drinnen. War sie auch? Dann ist sie rausgeflutscht. Guck da. Du bist drinnen. War sie auch? Dann bin ich rausgeflutscht. Bitte aufnehmen! Bitte aufnehmen! Wie? Wie? Kommt die Scheiße! Die Sche... Kommt die abgeschossen! One spot der eine, an der Tür hier der andere. Der an der Tür, den hab ich. Der Kaya hat schon Gold. Der letzte ist hier drin. Habt ihr den Soundtrack gehört, den ich zerfossen habe? Nein, ich hab den anderen. Ich mach die Wände kaputt, du läufst durch. Geil. Wie bei einer Geburt. Und der Monty geht nach euch beiden durch. Aber eigentlich müsste ich neun Monate, nachdem du die Wände aufgemacht hast, durchgehen. Kopfhengelsinnung. Oh Gott. Oh Gott Gott Gott. Oh nein. Ja? Oh Patrick, Alter. Ich weiß nur, dass einer der ersten Sätze, den ich von Patrick zusammengekommen habe, war. Meine Mutter hat dich von Leuten bitte gewarnt. Das hast du zu mir gesagt, du blödstropel. Das hast du zu mir gesagt. 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 Was hast du zu mir gesagt? Nein. Spricht doch nicht so dreckig mit mir. Ich hab meine Weste vergessen. Nice, Aldi. Nice, Aldi. Nice, Aldi. Scheiße. Scheiße, Aldi. Oh, nee. Nee, nee, nee. Der Beste ist, es heißt Rododendron, nicht Rododendron. Ich hab das einmal gehört, ich wusste gar nicht, was derjenige meint zuerst. Also, Rododendron. Rododendron. Ich glaube, ich hab 180 Polts, ey. Du spielst Polts, aber wie viele Polts du hast, hab ich keine Ahnung. Edon, du hast 32, du kommst durch die Haupttür rein. Kommt jetzt, Edon, kommt jetzt. Die neuen Turkin denn da kam. Edon, oh. Alter, ich dachte schon. Die Terroristen verschanzen sich im Beude. Der Strafschütze versuchte sie zu lokalisieren. Also, so kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren, Mann. Ah. Ah. Boomk. 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 Hast du sie gesehen? Einfach dahin, ey,ated. Boomkrrrrrr. Yo, Boomkow. Jaaaaa! Boah, wer ist euer Gott? Der Glaser haut die Scheibe ein und sagt, da muss eine neue rein.